ja heute auf jeden fall mal youtuber ttt battle keine ahnung wie man das sagt aber ja eigentlich ttt youtuber battle auf jeden fall wollte ich mich nochmal bei euch entschuldigen dass die letzte zeit sehr wenige videos kam dabei auch ein gas upload von crylex aber jetzt wird auch wieder was von mir kommen denn ich hatte einfach sehr 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 wenig zeit einfach wegen schule fußball und so weiter aber jungs ich würde sagen auf jeden fall gönnt euch das video haut rein im endeffekt ist eh wieder julian traiter ja und du warst ja wieso bist du da nicht tap ich habe effekte für alle ja verwirrung ich bin besoffen ich bin auch besoffen du bist traiter das weiß ich jetzt schon julian alle auf julian der ist eh wieder traiter nein alles gut alle auf julian das macht es interessant doch ey das ist voll lange ey er hat mich geschlagen alle auf julian 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 ist julian ey ey warte mal ey den track der macht das bestimmt wirklich man ey das ist ungerecht der ist safe er ist safe er ist safe er ist safe man ey Junge ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ja es war nur ein prank mali hör doch auf ey was passiert da ja da passiert ist alles ein bug ist alles ein bug ich glaube ja 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 er war ja er war ich auch hab ich dir doch gesagt hä moment man hör doch auf nicht man es tut voll weh ja also einer von euch alter alter ich hätte nicht guck weg ich will nicht schon wieder sterben ich hab Angst vor euch ich weiß nicht wie der magische stick funktioniert ey du bist lass mal high fiven wo ist eigentlich Schneefi aber jetzt komm mal oben ich bin hier bei high five ja ich Dingens hat mich weggegeben ey high five oh Gott Schneefi komm du Schneefi komm du auch high five lol ey was macht das denn bitte warum töten die mich jetzt korby du auch was oh warte mal was ist hier passiert ich verstehe nichts high five brudi nein einfach ich will mit dir nicht high five ich mag dich nicht das Ding ist bitte lass dich in Ruhe ok hier nein 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 aus Schneefi die Wichser das ist aus alter nein nein ja ich glaub das Maurice Traitor ist oder Schneefi warum oder leule ich sehe die Wand gefremd mich sagt jetzt hab ich nen Schädel Hirntrauma wegen dem toll du bezahlst Krankenhausrechnung hab ich gehört oh scheiße aber das Ding ist haben wir einen Traitor down korby ne ne beide noch am Leben ich weiß ja nicht korby lol ich hab nicht steht kein Problem Töte einfach nur mit. Ja Maurice muss ja sein. Ah! Warum muss ich sein? Ja weil du der letzte bist der Über ist oder? Nein es ist ein Schneefiel und du noch übrig. Warum muss ich ein Schneefiel sein? Aber ich könnte es ja auch sein. Ist so scheiße. Ja Leech töte Schneefiel. Ich bin mir zu 1000% sicher. Ah! Nee Jungs ich weiß wer ist. Korbi ist. Ja Leech und Korbi. Korbi? Ja Leech. Nein ich will es wirklich nicht tatsächlich. Korbi? Ja Leech alter komm. Du hast einen Traitor getötet. Das heißt es ist nur noch Schneefiel. Wir machen das auf die Fähre Art oder? Nein. Lass mich. Ja. Ok. Du wolltest es nicht anders. Oh oh. Ach TNT. Oh oh oh. Wir sind auch hinter dir. Oh. Alter. Als ob du das überlebt hast. Er lebt immer noch. Na. Ja. Easy. Wie konnte ich mich da selber weg sprengen? Easy. Ey Schneefiel absolut rasiert würde ich sagen. Ja. Ich stoppe jetzt die wunderschöne Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat dann lasst eine positive Aachen da. Ciao. Check. Peachating. п Bis zum nächsten Mal.